Hitzetipps, Schwimmen gehen irgendwo, was kühlt ist, Kaffee mit Eiswürfeln, in Schatten gehen, Spritzen trinken, ja, nicht viel bewegen, viel trinken, dabei aber möglichst Wasser, aber nichts, nichts Kaltes. Am besten ist es, wenn man sich einen Ventilator kauft und dann Wasser aufs Gesicht tut oder auf den Körper und dann einfach, weil es ist sehr, sehr angenehm und sehr, sehr kalt. Boah, ja, ganz viel Wasser trinken. Stay hydrated!